So, servus YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Left 4 Dead 1 Uncut. Genau. Und wie immer, wer den vorigen Teil nicht gesehen oder verpasst hat, oben rechts den Link dazu und unten in der Videobeschreibung der Link zur Playlist. Und wer ballert rum? Ne? Keiner? Oh, sonst weiß immer keiner. So, los geht's! Warum schüttelst du eigentlich immer den Kopf, wenn du sagst, los geht's, los geht's, los, lass uns losgehen, oh, guck mal. Hm. Alles einmal durchlaufen. So, ja, seine Richtigkeit haben. Und los geht's jetzt, geht's wirklich los, Leute. Hey, gleich haben wir es. Habe ich euch doch gesagt. Jo, genau, Francis. Also, ich meine, ich habe immer recht, ne? Oh, oh. Oh, oh. Bleibt der noch stehen? Oh. Scheiße. Heilige Scheiße, Alter. Ja, das... Ah, das ist schon wieder massig. Asshole. Headshot. 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 Oh, geil, ey. Mein Name ist heute mal wieder... Fabulous, awesome. Ich habe den da hinten jetzt gerade gar nicht gesehen. Es ist voll schwer mit der... M16 hier. Immer nur einen einzelnen Schuss zu machen. Das wäre voll geil, wenn man da... Können die mich volltanken? Jo, klar, können wir das. Können wir das? Achtung. Oh, geil, und... Oh, episch, Mann, Alter. Hey, würdet ihr mich direkt volltanken? Jo, jetzt chill dich, Mother Help. Ist aber ein kleines Flugzeug, ne? Kopfschmerzen? Kein Problem. Vorsicht, da hinten sind wieder Benzintanks. Die werde ich wahrscheinlich gleich brauchen. Hey, ihr! Ich muss mal hier alles so einigermaßen clearen. Bis jetzt sind noch keine großartigen Zombiehorten auf uns zukommen. Das ist gut. Ein bisschen komisch, aber gut. Ah, das sind... Allerdings nur zwei Stück. Das ist ein bisschen blöd. So, das nehme ich mal mit. Das kommt hier hin. Halt, hier war doch noch eine. Granate. Und das habe ich... Hier hin. Warte mal, das mache ich gleich auf die andere Seite. Und zwar... Ja, genau so. Weil dann stelle ich mich nämlich nachher einfach da oben drauf. Und gut ist... Oh, achso. Ich sehe vielleicht noch, warum man Benzin kann. Ich sehe nämlich gerade irgendwie keinen. Was ist das? Was ist das? Oh, Gaslöschung. Okay. Die machen wir... Machen wir die hin. Machen wir hier hin, würde ich sagen. Und das Feuer müsste eigentlich bis hier vorgehen. Rein theoretisch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jo, gut so. Hupf doch hoch, hupf doch hoch. So, jetzt warten wir kurz. So, jetzt warten wir kurz. Ah, Freundchen. Hm, ich lasse mich hier mal... Ah, komm. Das mit der Ding, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Ich würde gerne mal wissen, wo dieser verdammte Smokin ist. Ich höre dich. Hab dich. Hab dich. So. Wie der herkommt. Jawohl, das war perfekt. Leute, oder? Leute, oder? Hey, das war doch voll mein Schuss, oder? Oh, 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 da kommt sie wieder. Da war doch super. Da sind ein paar... Geh doch weg! Alter! Ey, wie der Scheiß-Tipp immer im Weg stehen muss. Das ist so schlimm. Leute. Leute. Ja, Mann. So, jetzt soll ich... Was? Nein, 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 nein. Komm, heil dich, heil dich, heil dich. Oh, nein. Smokin ist nicht mehr. Deine Mensch ist echt cool. Alter, what the f**k? Come over there. Oh, da hinten warten wir da, ne, ne, ne. Ach, ja, ihr macht es schon, ihr macht es schon. Ich weiß wo. Ah, na, wie ist das? Ja, sicher, sicher, ey. Los, zum Flugzeug, Leute! Yeah, wir haben es geschafft, ey. Hier, rein da, rein da, rein da. Also, Leute, ich danke euch noch mal fürs Zuschauen und würde sagen, genießt es jetzt ein paar Sekunden weiter. Und, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von... Na, scheiße, jetzt boxt er mich noch. Wow! Ja, Mitch ist außer Gefecht. Egal, wir haben es geschafft, auch wenn ich draufgegangen bin. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, gut. Kommentier nicht vergessen, ne. Bis dann. schon aus. Ja, gut. Das ist ja genau da. Da, ج Peki. Ja, gut. Genau. Ja, gut. Ja, gut. Dich, ich wollte das. Und, ich wollte das. Ich wollte das. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020